Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 auf. Große Anfrage der Fraktion der SPD betreffend Stärkung der Berufsorientierung und Arbeitslehre in Schul und Unterricht – Drucks. 19 1349 zu Drucks. 19 2911 – Das Wort hat der Kollege Christoph Degen, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Minister, ich will mich zunächst für die ausführliche Beantwortung der Großen Anfrage bedanken, die sogar fristgerecht eingegangen ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Darf man die Landesregierung auch einmal loben? Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 901-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Meine Damen und Herren, ich glaube, 2011 habe ich an einer Lehrerfortbildung teilgenommen, Sicherheit an Holzbearbeitungsmaschinen. Da war das Wesentliche, dass wir einen kleinen Drachen aus Holz gebaut haben, etwa so groß, aus drei Sorten Holz zusammengeleimt. Das sieht etwa so aus wie die Grisuda, der kleine Drache. Das kennen Sie wahrscheinlich. Damit Sie sich vorstellen können, wie das aussieht, ist es am Ende geworden, ein Türstopper, um Türen offen zu halten. Nur damit Sie sich das vorstellen können, denn dieser kleine Drache steht im Grunde für das Fortbildungskonzept der Landesregierung für Arbeitslehre. Denn entweder es gibt einen Schulen-kein-arbeitslehrer-Unterricht, oder es gibt Arbeitslehrer-Unterricht, aber er wird überwiegend fachfremd unterrichtet. Aber unterm Strich ist das alles bedeutungslos, denn Berufsorientierung hat gar nicht mehr viel mit Arbeitslehre zu tun, so die Landesregierung, sondern es ist die Aufgabe von allen Lehrkräften, und diesen Lehrkräften, die kein Arbeitslehrer studiert haben, bietet man solche Fortbildungen, wie ich sie eben beschrieben habe, den kleinen Drachen, an. Die Antwort auf die Große Anfrage ist leider wieder ein Beispiel dafür, wie weit weg die Landesregierung von der Unterrichtswirklichkeit ist. Das will ich Ihnen gerne darstellen. Vorher ein paar Bemerkungen zum Hintergrund der Großen Anfrage. Ich vermute einmal, nicht jeder von Ihnen hat sie ganz gelesen. Der Hintergrund ist, dass sowohl in der Allianz für Aus- und Weiterbildung als auch im fulminanten Bildungsgipfel eine große Einigkeit bestand, dass Berufsorientierung Aufgabe von allen Schulformen sein muss, gerade deshalb, weil durch einen zunehmenden Besuch von Gymnasien oder dem Weg zum Abitur fast 50 % machen, dass das zwar gut ist, aber wir trotzdem den Abiturienten zeigen wollen, dass es Alternativen gibt. Nicht jeder, der Abitur macht, muss studieren. Gerade wir Sozialdemokraten halten nichts davon, schon in der vierten Klasse einzuteilen, ob jemand später eine Ausbildung macht oder studiert. Deswegen sollen alle Wege offen bleiben. Das ist eine gewisse Freiheit, und so eine Freiheit setzt auch voraus, dass man seine Alternativen kennt und deswegen auch am Gymnasium Berufsorientierung. Das war, wie gesagt, auch eigentlich einer der ganz großen Punkte. Es gab nicht so viele, wo man sich beim Bildungsgipfel einig war, dass das alle wollen. Aber, meine Damen und Herren, ich erinnere mich sehr gut, dass wir in diesem Zusammenhang darüber gesprochen haben. Wie machen wir das denn? Entweder machen wir Facharbeitslehre, auch im Gymnasium, wieder. Das war offenbar damals nicht die Mehrheitsmeinung. Oder man verankert das aber in Politik und Wirtschaft am Gymnasium. Ich hatte eigentlich immer in Erinnerung, dass wir gesagt haben, dass das aber auch mehr Stunden in POVI mit sich bringen muss, weil das kann man nicht noch on the top machen. Das war der Hintergrund für diese Große Anfrage, meine Damen und Herren, zu fragen, was die Landesregierung eigentlich daraus und auch diesem Teilergebnis des Bildungsgipfels macht. Heute ist leider keine Rede mehr von mehr Stunden. Das ist eigentlich die erste große Enttäuschung auf diese Antwort der Großen Anfrage. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN der CDU sowie der FDP, der SPD und der FDP. Das war eine Farce, weil selbst im Bereich der Berufsorientierung vor schon längst feststand, wo die Reise hingeht, sodass man den Erlass schon geschrieben oder veröffentlicht hat, bevor der Gipfel fertig war. Oder aber sie sind wieder einmal zurückgerudert, weil Ihnen Ihre Mehrheit nicht ihren Plänen gefolgt ist, meine Damen und Herren. Konkret zu den Antworten. Viele machen auf den ersten Blick einen durchaus schlüssigen Eindruck, wenn man sich die Haupt- und Realschule anschaut. Denn da gibt es sowohl in der ersten als auch in der zweiten Phase der Lehrerausbildung entsprechende Module. Das Fach Arbeitslehre wird auch angeboten. Problematisch wird es aber, wenn man sich die Berufsorientierung im gymnasialen Bildungsringen anschaut. Da hilft ein Blick auf die Stundentafel, meine Damen und Herren. Während der Hauptschüler in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 16 Wochenstunden Arbeitslehre bekommt, kommt der Gymnastiast gerade einmal auf sieben Stunden POBI in den Jahrgangsstufen 5 bis 10. Diese sieben Stunden sind wir uns wahrscheinlich einig, das sind noch nicht einmal wirklich viel für Politik und Wirtschaft. Meine Damen und Herren, spricht man dann auch noch mit Lehrkräften aus der Praxis, dann ist die Antwort der Landesregierung ein Beispiel dafür, dass die Ansicht der Landesregierung der Erlass nicht wirklich viel mit der Unterrichtswirklichkeit zu tun hat. Viele Probleme wollen oder können sie nicht mehr erkennen, weil sie sich zu sehr in Statistiken und eben Erlassen verhängen und gar nicht wirklich wissen, wie das vor Ort umgesetzt wird. Um ein Beispiel zu nennen. Die Landesregierung argumentiert, der Erlass sagt, alle Schüler sollen einen Berufswahlpass ausgehändigt bekommen. Damit ist die Kuh vom Eis, weil es ja im Erlass steht. Das hören wir relativ oft in letzter Zeit, weil es eben irgendwo steht. Was sie aber offenbar nicht wissen, ist, wie viele Berufswahlpässe nach dem Schulabschluss in der Schule liegen bleiben und inhaltlich auch ein ziemlich düsteres Bild abgeben. Das heißt, nur weil es im Erlass steht, heißt es nicht, dass es wirklich auch konsequent umgesetzt wird. Das Problem spitzt sich eben im gymnasialen Bildungsgang zu, weil es da nicht einmal Arbeitslehre als Ankerfach gibt, sondern es ist die Rede von Querschnittsaufgaben und fächerübergreifendem Unterricht. Natürlich sind Querschnittsaufgaben sinnvoll, und natürlich muss man in jedem Unterrichtsfach auch schauen, was da für Berufe verankert sind. Trotzdem muss es unserer Meinung nach ein echtes Ankerfach für die Berufsorientierung geben, meine Damen und Herren. Das kann eigentlich nur die Arbeitslehre sein, und hier kann man sich nur wünschen, dass das auch wirklich am Gymnasium umgesetzt wird, meine Damen und Herren. Das ist ja gar nicht so weit hergeholt. Manche hier im Raus reden ja gern von den 90er-Jahren. Ich halte mich da einmal zurück. Ich schaue immer gern in die Zukunft. Aber ich will es ausnahmsweise auch einmal tun. In den 90er-Jahren hatte ich im gymnasialen Bildungsgang Arbeitslehreunterricht, sogar bei einem echten Arbeitslehrelehrer. Davon können Schülerinnen und Schüler heute nur träumen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Die Quote der fachfremd unterrichteten Arbeitslehrestunden steigt, während fast die Hälfte der ausgebildeten Lehrkräfte das Fach überhaupt nicht unterrichtet. 70 % des Arbeitslehreunterrichts fand 2013 dort, wo er angeboten wurde, fachfremd statt. Fast 12.000 der insgesamt 16,5 Unterrichtsstunden im Fach Arbeitslehre wurden fachfremd unterrichtet, meine Damen und Herren. Diese Landesregierung ist der Totengräber der Arbeitslehre. Das muss sich ändern. Zur Fortbildung habe ich schon etwas gesagt. Denken Sie an diesen kleinen Drachen. Mit der Lehrerausbildung sieht es nicht wirklich besser aus. Allein der Satz auf die Frage, was in der Lehrerausbildung getan wird, hört man, die Berufsorientierung ist auf vielfache Weise als fester Bestandteil verankert, meine Damen und Herren. Das ist ein Satz, der mich generell misstrauisch macht. Wenn man sich anschaut, welche Module da aufgeführt werden, die alle sehr allgemein in der Natur sind, kann ich leider mein persönliches Fazit ziehen. Berufsorientierung ist jenseits der Haupt- und Realschule leider nicht in der Lehrerausbildung verankert, meine Damen und Herren. Ich fasse zusammen. Wir haben einen Erlass, der vieles vorgibt, was nicht falsch ist, insbesondere auch die Erstellung eines fächerübergreifenden Curriculums an allen Schulen. Aber die Gretchenfrage ist immer wieder, findet all das überhaupt statt? Wie sieht die Zusammenarbeit mit anderen Lehrkräften zur Organisation von Betriebspraktika, von Betriebserkundungen und Berufsinformationsangeboten eigentlich aus? Wie wird die Schulsozialarbeit in die Berufs- und Studienorientierung einbezogen? Wo ist überhaupt Schulsozialarbeit vorhanden? Ich rede von echter Schulsozialarbeit, nicht von der Krücke USF. Wie werden Schülerinnen und Schüler über regionale Veranstaltungen zur Berufs- und Studienorientierung informiert? Sind überhaupt an allen Schulen Curricula zur fächerübergreifenden Berufsorientierung entwickelt und umgesetzt? Man könnte sagen, das Gütesiegel Berufs- und Studienorientierung ist das Qualitätsmerkmal dafür. Wann haben alle Schulen dieses Gütesiegel? Das wird, wenn man sich die Zahlen anschaut, noch eine ganze Weile dauern, bis alle das erreicht haben. Wie werden all diese Maßnahmen evaluiert? Ganz zu schweigen von der Frage, welche Entlastungsstunden die Ansprechpersonen in den Schulämtern und Schulen bekommen für diese Berufs- und Studienorientierung? Schließlich noch einmal, wie werden die Lehrkräfte eigentlich dafür qualifiziert? Ich komme zum Schluss. Der Erlass zur Berufs- und Studienorientierung ist ein Papiertiger. Leider brauchen wir eine Stärkung des Arbeitslehreunterrichts, an allen Schulformen. Wir brauchen einen Arbeitslehreunterricht, der gesunde Ernährung, technische Allgemeinbildung, Nachhaltigkeit, finanztes Denken, Lernen mit Kopf, Herz und Hand miteinander verbindet. Wir fordern, der Entprofessionalisierung durch immer mehr fachfremden Unterricht entgegenzuwirken, entgegenzutreten, anstatt ihn abzubauen. Nehmen Sie die Arbeitslehre ernst, stärken Sie die Arbeitslehre. Damit können Sie viele Aktivitäten, deren Nutzen zweifelhaft ist, sich sparen. Das wäre eine wirkliche Stärkung der Berufsorientierung. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Degen. – Das Wort hat Frau Abg. Cárdenas, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Unsere Gesellschaft befindet sich, wie alle anderen Gesellschaften auch, in einem stetigen Wandel. Damit einhergehend ist natürlich auch ein Wandel in der Berufswelt verbunden. Die Sorge, immer mehr junge Menschen an den Universitäten zu verlieren, scheint mir aber etwas übertrieben. Denn auch immer mehr Berufe werden akademisiert oder fachzersplittert in weitere kleine Berufsfelder. Das kann man gut finden oder auch nicht, aber an sich sollte uns ein Wandel in der Berufswelt nicht zwangsläufig Angst machen. Wahr sind aber zwei Faktoren. Die Studierneigung der Schulabgängerinnen und Schulabgänger erhöht sich. Die Hochschulen werden voller und die akademischen Berufe anscheinend gefragter. Das mag verschiedene Ursachen haben, auf die ich später noch einmal zurückkomme. Wahr ist auch, was der Kultusminister in seiner Vorbemerkung anführte. Alle hessischen Schülerinnen und Schüler sollen durch abgestimmte und qualifizierende Maßnahmen zur Berufs- und Schulorientierung auf die Berufswelt vorbereitet werden, damit sie am Ende ihrer Schulzeit eine gezielte Berufswahlentscheidung treffen können, die die eigenen Interessen und Kompetenzen berücksichtigt und sie in eine duale Ausbildung oder ein Studium führen. Ich weiß, dass eine solche Entscheidung häufig beim Verlassen der Schule noch nicht getroffen werden kann, da sowohl die Reife als auch der Überblick fehlen. Aber dies als Ziel auszugeben, das erscheint mir durchaus sinnvoll. Schauen wir uns die Antworten der Landesregierung auf die Große Anfrage an, dann fällt eines auf. Die Gymnasien bekleiden nach wie vor eine Sonderstellung, und dies, obwohl sie sich selbst damit brüsten, die meistgefragte Schulform zu sein. Während Lehramtsstudierende der beruflichen Schulen sowie der Haupt- und Realschulen in der zweiten Phase der Lehrerausbildung bereits während des Studiums auf die Vermittlung der Berufsorientierung vorbereitet werden, scheinen zukünftige Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer dies nicht zu brauchen. Jedenfalls ist es nicht in den Modulen verankert. Warum ist das so? Weil man nach wie vor anscheinend der Meinung ist, dass das Gymnasialklientel keine Berufsorientierung braucht, die zu einem Ausbildungsberuf führen würde. Herr Kultusminister, hier befindet sich schon ein erstes Indiz, warum die Studierneigung zunimmt. Denn so wird den jungen Menschen ja schon frühzeitig vermittelt, dass Absolventinnen und Absolventen der angeblich besten Schulform keine duale Berufsausbildung beginnen werden und sollen, sondern ein Studium anstreben werden. Dies bestätigt auch die Anlage der Großen Anfrage. Gefragt wird nach den Schulen, die das Gütesiegel Berufsorientierung Hessen tragen. Unter den insgesamt 139 Schulen, die in Hessen Gütesiegelschulen Berufsorientierung sind, sind gerade einmal sieben Gymnasien in lediglich vier Schulamtsbezirken. Ich will nicht sagen, dass kein Umdenken stattfindet. Wie der Kultusminister ja auch erwähnt hat, sind verpflichtende Praktika auch in Gymnasien mittlerweile Bestandteil der dort stattfindenden Berufsorientierung. Allerdings sieht das Praktikum in der Oberstufe durchaus auch eine Orientierung auf das Studium vor. Das ist an sich natürlich sinnvoll, stärkt aber nicht unbedingt das Bemühen, beide Wege gleichwertig zu setzen, was wir für sinnvoll halten. Eingangs erwähnt habe ich, dass die erstarkte Studierneigung verschiedene Gründe hat. Einen habe ich eben aufgezählt, aber es gibt weitere. Beispielsweise zeigt uns die aktuelle OECD-Statistik, dass Akademikerinnen nur ca. halb so stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind, wie die Absolventen dualer Ausbildungen. Ebenso zeigt die Statistik, dass das Einkommen von Akademikerinnen und Akademikern durchschnittlich höher liegt als das der Absolventen dualer Ausbildungen. Hier muss unseres Erachtens der Hebel dringend angesetzt werden, um die Attraktivität zu stärken. Sonst nützt auch die beste Berufsorientierung nichts. Noch ein wichtiger Punkt kommt hier hinzu. Im letzten Jahr streikten die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Wir alle erinnern uns an die mehrere Wochen lang geschlossenen Kindertagesstätten. Die Erzieherinnen und Erzieher streikten dort für bessere Arbeitsbedingungen und für mehr Anerkennung der wichtigen Arbeit, die sie leisten. Anerkennung in Form von besseren Eingruppierungen und somit auch in Form von mehr Geld. Also, solange die Eventmanagerin gesellschaftlich höher geschätzt und auch besser bezahlt wird als die Erzieherin, haben wir ein Problem. Das wirkt sich auch auf die Attraktivität der jeweiligen Berufe aus. Natürlich ist die Berufsorientierung eine entscheidende Aufgabe in und an den Schulen. Dabei müssen regionale Besonderheiten ebenso berücksichtigt werden wie die individuellen Neigungen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Ob ein oder zwei Praktika wirklich reichen, um überhaupt einen über den bunten Markt der Möglichkeiten zu erhalten, bezweifle ich. Aber ich unterstütze diese Praktika eindringlich, und für manch einen jungen Menschen mögen sie auch der Einstieg in ihre Berufslaufbahn sein. Wie gesagt, auch die Berufswelt befindet sich im Wandel, ebenso wie die klassischen beruflichen Biografien. Lebenslanges Lernen und auch der Wunsch, keine 40 Jahre in derselben Institution zu verweilen, sind längst Bestandteil des Bildes des modernen Berufstätigen geworden. Auch der Studiengangwechsel gehört in vielen Bereichen schon eher zur Normalität als zur Ausnahme. Wer sich um die duale Ausbildung sorgt, der muss vor allem die Attraktivität der dualen Ausbildungsberufe erhöhen. Dies erfordert unseres Erachtens auch, dass die Gymnasien keine Sonderstellung in der Berufsorientierung mehr innehaben. – Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Kantenast. – Das Wort hat der Kollege Hugo Klein, CDU-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst darf ich mich bei der SPD-Fraktion für die Große Anfrage zur Berufsorientierung und Arbeitslehre im Schulunterricht bedanken. Die Beantwortung der Anfrage bestätigt eindrucksvoll, dass das Kultusministerium mit einer Reihe von Maßnahmen die Berufsorientierung im Unterricht weiter aufgewertet und dadurch auch eine Forderung des Bildungsgipfels engagiert in die Tat umgesetzt hat. Zusammen mit den Anhängen dokumentiert dieses Papier den hohen Stellenwert, den die von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN getragene Landesregierung der Berufsorientierung einräumt und wie diese Inhalt des Unterrichts und des Curriculums in den verschiedenen Schulformen ihre Umsetzung findet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass in den vorliegenden Vorbemerkungen der Fragesteller und der Landesregierung getroffenen Feststellungen unsere aller Zustimmung finden. Die duale Ausbildung ist in der Tat ein Erfolgsmodell, und sie leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Sie ist Grundlage für die erfolgreiche Fachkräftesicherung in Handwerk und Industrie. Sie stärkt maßgeblich unsere Wettbewerbsfähigkeit, und sie bietet jungen Menschen einen erfolgreichen Einstieg in ihr Berufs- und Arbeitsleben. Richtig ist allerdings auch, dass in den vergangenen Jahren die Anzahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge rückläufig ist, während die Anzahl der Studierenden stetig ansteigt. Wir müssen daher alle Anstrengungen unternehmen, dass sich junge Menschen in der Schule umfassend über die 328 anerkannten Ausbildungsberufe informieren können. Alle Schülerinnen und Schüler müssen umfassend auf die Berufswelt vorbereitet werden, damit sie letztendlich eine ihrer eigenen Interessen, Fähigkeiten und Neigung in entsprechende Berufswahlentscheidungen treffen können. Der Übergang von der Schule in den Beruf muss ohne unnötige Watteschleifen in Übergangssystemen erfolgen. Ausbildungsabbrüche sind weitestgehend zu vermeiden. Um dies alles erreichen zu können, ist eine umfassende und zielgerichtete Berufs- und Studienorientierung unerlässlich. Es ist daher richtig, dass zwischenzeitlich die rechtlichen Voraussetzungen in Hessen geschaffen wurden, dass in allen Schulformen Berufsorientierung verpflichtend zum Wahlpflicht bzw. zum Pflichtunterricht gehört. Gerade im Wahlpflichtunterricht legen die Schulen die genaue Ausgestaltung des Berufsorientierungsunterrichts unter Wahrnehmung ihrer diesbezüglichen Gestaltungsfreiheit selbst fest. Regionale Besonderheiten finden somit maßgeblich Einzug in den Unterricht. Sie haben das angesprochen. Die Allianz für Aus- und Weiterbildung 2015 bis 2018 hat zahlreiche Ziele formuliert, die die Berufsorientierung zum Thema machen. Einige davon wurden vom Fragesteller in der Vorbemerkung genannt. Es ist mehr als erfreulich, dass zahlreiche dieser in der Allianz für Aus- und Weiterbildung 2015 bis 2018 formulierten Ziele im CDU-Bündnis 90 die GRÜNEN regierten Hessen bereits konkret umgesetzt werden konnten, im Gegensatz, Herr Kollege Degen, zu zahlreichen anderen Bundesländern. So schafft beispielsweise die hessenweilige Strategie Olof Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf seit 2008 durch Kooperation und Koordination der regionalen Ausbildungsmarktakteure Strukturen, um die Transparenz der Angebote und Maßnahmen der Region zu erhöhen. Da habe ich leider nichts davon gehört, Herr Degen. Mit der Einführung und den zugehörigen Qualitätsstandards sollen die Verbesserung der Berufsorientierung der Jugendlichen und ihrer Ausbildungsfähigkeit, die zielgerichtete Akquise von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen und die Berücksichtigung der Kompetenzen der Jugendlichen im Vermittlungsprozess erreicht werden. In der aktuellen vierten Vaterphase über den Zeitraum 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2017 wird mit dem Europäischen Sozialfonds rund 3,6 Millionen € bewilligt. Mit den Kofinanzierungsmitteln des HKM aus Landesmitteln in Höhe von rund 4,5 Millionen € ergibt das einen Gesamtförderbetrag in Höhe von rund 8,1 Millionen €, ein Betrag, meine sehr geehrten Damen und Herren, der sich wahrlich sehen lassen kann. Wichtig ist es selbstverständlich auch, dass die, die Berufsorientierung im Unterricht vermitteln sollen, entsprechend ausgebildet sind. Die Berufsorientierung ist daher auf vielfache Weise, Herr Kollege Degen, wohlfester Bestandteil innerhalb der Lehrerausbildung. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Phase der Ausbildung ist sie, wie Sie selbst gesagt haben, fest verankert. Dies erfolgt durch verschiedene Praktika und mehrere Module in der zweiten Phase, die von den Studierenden absolviert werden müssen. Ein weiterer Baustein, auch das haben Sie leider nicht aufgeführt, Herr Kollege Degen, ist das Gütesiegel Berufsorientierung Hessen, das mit Beginn des Schuljahres 2010-2011 eingeführt wurde. Es fördert die Prozesse der Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern, die Kommunikation interner und externer Partner und den Wettbewerb von Ideen. Mit dem Gütesiegel werden Schulen ausgezeichnet, die ihren Schülern eine herausragende Berufs- und Studienorientierung anbieten. Zwischenzeitlich sind das 139 Schulen in Hessen, 139 Schulen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, auf die wir sehr stolz sein können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen mich abschließend noch folgende Feststellungen treffen. Im Rahmen des Bildungsgipfels waren der einschlägigen Arbeitsgruppe mit einmütiger Zustimmung sämtlicher Teilnehmer festgehalten worden, dass die Arbeitswelt- und Berufsorientierung als Querschnittsaufgabe aller Allgemeinbildungsgänge zu erachten sei und ein professionelles Beratungs- und Begleitsystem von der Schulzeit bis zum Übergang in die berufliche Ausbildung benötigt werde. Diesem Ziel dient unter anderem der im vergangenen Jahr veröffentlichte Erlass zur Ausgestaltung der Berufs- und Studienordnung, der die bisherigen Regelungen zur Berufsorientierung für alle Schulformen und Bildungsgänge zusammenführt und dabei auch den gymnasialen Bildungsgang anbezieht. Infolgedessen sind alle allgemeinbildenden Schulen zur Erstellung eines fächerübergreifenden Curriculums zur Berufs- und Studienorientierung verpflichtet. Auch die Kooperation mit der Berufsberatung und außerschulischen Partnern, das Ableisten von zwei Betriebspraktika oder der Einsatz des Berufswahlpasses sind darin als verbindliche Anforderungen definiert, Herr Kollege Degen. Die Vielzahl der bisherigen Initiativen der Hessischen Landesregierung zur Intensivierung der Berufsorientierung wie die Benennung von Ansprechpersonen für Berufs- und Studienorientierung an den staatlichen Schulämtern sowie von Koordinatoren an den Schulen, die Einführung eines Kompetenzfeststellungsverfahrens an den Schulen im Bildungsgang Haupt- und Realschule, die erfolgreiche Implementierung des Gütesiegels für Berufs- und Studienorientierung in Hessen oder die Verankerung der Berufsorientierung als fester Bestandteil in der Lehramtsausbildung erfahren durch diese rechtliche organisatorische Neuregelung eine zusätzliche Aufwertung. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, Schüler werden dadurch im Ergebnis zu einer fundierten Entscheidung befähigt, ob der Weg in eine Ausbildung oder ein Studium die jeweils zielführende Alternative darstellt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir, noch auf einige Ausführungen meines Vorredners des Kollegen Degen einzugehen. Ich mache das jetzt einmal ein bisschen vorsichtiger, da wir in meinem Kindeskreis wieder Freunde werden wollen. Ja, das habe ich auch gehört. Aus dem Grund muss ich meine Worte jetzt etwas wählen, Herr Kollege Degen. Ja, Sie haben mich mit Ihrer Rede nicht enttäuscht. Sie haben eine typisch parteipolitisch orientierte Rede gehalten. Als Ergebnis der Großen Anfrage mussten Sie natürlich Kritik üben, dass dies oder jenes noch gar nicht, dies oder jenes nur halbherzig oder dies oder jenes unmotiviert durchgeführt wird. Sie wissen natürlich, dass Sie sich auch die Große Anfrage dezidiert angeguckt haben. Sie haben sich die Anhänge angeguckt. Sie haben natürlich die von mir aus aufgeführten Vorteile, die ich genannt habe, auch gelesen. All diese Dinge, da muss man ein bisschen aufpassen, Herr Kollege Degen. Sie haben Ihr Beispiel erzählt, was Sie in der Fortbildung gemacht haben. Das ist meine Kollegin Claudia Rahmsbrockner da. Da hatte ich eigentlich versprochen, mein Lieblingsbeispiel vom Basketballkorb zu erzählen. Da muss ich das ablesen, das ist auf die nächste Rede verschieben. Ja, Sie müssen aufpassen. In dem Moment, wenn Sie einen Kollegen kritisieren, erlauben Sie mir da ein bisschen, meine Erfahrung einzubringen, aus 24 Jahren Berufsschullehrertätigkeit. Ein Kollege, der vielleicht fachfremd in Berufsorientierungsmaßnahmen eingesetzt ist, kann wertvoller sein als zehn Kollegen, die Arbeitslehre mit Summa Cum Laude abgeschlossen haben, weil er nämlich mit Herzblut arbeitet. Was die jungen Menschen in der Schule brauchen, sind Lehrer, Lehrkräfte, Lehrerinnen und Lehrer, die sich mit Herzblut annehmen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Das ist das weniger Entscheidende, ob Sie jetzt einen Abschluss haben als Arbeitslehrer oder als Deutsch- oder Politiklehrer. Die Hauptsache ist, Sie müssen mit Herzblut in jungen Menschen arbeiten. Wenn wir das stark kritisieren, müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht auch die Kollegen kritisieren, die mit Herzblut so etwas machen. Sie kennen ja, wie ich auch, die Philipp-Reiss-Schule in Jenhausen. Gehen Sie einmal wieder hin. Reden Sie mit den Kollegen, die dort fachfremd unterrichten, mit wie viel Herzblut dort Berufsorientierung betrieben wird, wie erfolgreich die Schule ist. Ich denke, da sind wir wieder ganz nah zusammen, und der Freundschaft in meinem Kindeskreis wird nichts entgegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Uwe Klein. – Das Wort hat der Abg. Daniel May, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Kollege Degen hat in der Tat am Anfang seiner Rede die Landesregierung dafür gelobt, dass sie so schnell geantwortet hat, hat aber leider unberechtigterweise diesem Lob der Schnelligkeit kein Lob des Inhalts folgen lassen. Ich finde es ganz schön, dass Kollege Klein da eben schon einmal die Dinge angefangen hat, ins rechte Licht zu rücken. Denn das, was Sie hier für ein Bild gestellt haben, geht dann doch tatsächlich am Inhalt und an der Wirklichkeit sehr stark vorbei. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, Ihnen noch einmal deutlich zu machen, was Ihnen anhand der Antwort der Landesregierung hätte deutlich werden müssen, dass die Berufsorientierung für diese Landesregierung eine ganz herausgehobene Stellung hat. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN – Herr Kollege Degen, Sie, aber auch Kollege Klein haben richtigerweise darauf hingewiesen, dass vieles von dem, was im Bereich der Berufsorientierung jetzt auf den Weg gebracht wird, auch ein Ergebnis des Bildungsgipfels ist. Die Arbeitsgruppe 4, Schule als Vorbereitung auf die Arbeits- und Lebenswelt, hat in diesem Bereich sehr viele sehr einmütige Vorschläge gemacht. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal bei all denjenigen, die daran mitgearbeitet haben, dass diese Arbeitsgruppe und der Bildungsgipfel insgesamt so viele Vorschläge gemacht haben. Vieles von dem, was in dieser Arbeitsgruppe erarbeitet wurde, wird jetzt in die Wirklichkeit umgesetzt. Dazu gehört unser Ziel, das wir schon in unserem Koalitionsvertrag festgelegt haben, nämlich das Ziel, das jetzt die Landesregierung weiterverfolgt, keinen Jugendlichen und keinen jungen Menschen ohne Perspektive zurückzulassen, sondern dass alle Schülerinnen und Schüler – ich zitiere hier aus der Antwort zur Großen Anfrage – durch abgestimmte und qualifizierende Maßnahmen zur Berufs- und Studienorientierung auf die Berufswelt vorbereitet werden. Dieses Ziel hatte auch der Bildungsgipfel unter Mitwirkung zahlreicher gesellschaftlicher Akteure formuliert und zahlreiche Maßnahmen, von denen die Dinge, die unter Berufsorientierung zu fassen sind, einen Teil ausmachen. Die große Anzahl zeigt eben, dass dieser Teil wiederum mit einem ganzen Fächer von Impulsen von der Landesregierung vorangebracht wird. Sie haben in Ihrer Besprechung die Frage der Berufsorientierung der Gymnasien sehr stark betont. Sie haben bei dem, was Sie abgefragt haben, viel Wert darauf gelegt. Auch in diesem Bereich hat der Bildungsgipfel Ergebnisse gezeichnet, die jetzt in die Praxis umgesetzt werden. Wenn man sich das anschaut, was die Arbeitsgruppe 4 zu Papier gebracht hat, möchte ich zitieren. Auch wenn die gymnasialen Bildungsgänge eigentlich darauf ausgerichtet sind, zu einem Eintritt in ein Studium zu qualifizieren, soll sich die Berufsorientierung nicht nur auf das Spektrum von akademischen Berufen beschränken. Die Große Anfrage, die Sie gestellt haben, zeigt nun sehr gut, dass diese Ideen nicht verloren gegangen sind, sondern dass sie in Realpolitik umgesetzt und dass sie angepackt wurden. Das zeigt sich an dem Erlass, den Sie auch schon zitiert haben. Schon gleich beim Titel müsste Ihnen klar werden, dass bei diesem Erlass, der nun das Fundament für die Arbeit dort setzt, dass sich dort einiges verändert hat. Denn wenn vorher von diesem Erlass schon im Titel die Gesamtschulen und Gymnasien nicht erfasst worden sind, so heißt der nun heute, dass er die Ausgestaltung der Berufs- und Studienorientierung in Schulen regelt, also in allen Schulen regelt. Das zeigt doch sehr deutlich, dass dieser Anspruch, den der Bildungsgipfel hier formuliert hat, auch umgesetzt wird. Es ist natürlich auch zu begrüßen, dass da viele weitere Maßnahmen von der Landesregierung aufgenommen wurden. Ich habe eben gerade einmal, nachdem Sie gesagt haben, das ist ja quasi im Gymnasium nicht angekommen, noch einmal gezählt. Ich bin leider nicht ganz zum Ende gekommen, weil das mit dem Multitasking bei mir nicht so ausgeprägt ist. Aber in welchen Fragen denn überall Bezug auf die Berufsorientierung an Gymnasien genommen wird? Ich kam jetzt auf die 12, die 18, die 19, die 21, die 23, die 27, die 28, die 30 und die 31. Da bin ich leider nicht weitergekommen. Das zeigt schon sehr deutlich, dass an dieser Stelle viel unternommen wird und dass das auch in der Großen Anfrage deutlich geworden ist. Ich möchte Ihnen nur eines beispielhaft zitieren, die 28, wo Sie das explizit abgefragt haben. Da heißt es dann auch, es gibt an allen allgemeinbildenden Schulen eine Koordinatorin für Berufs- und Studienorientierung. Später in diesem Gesamtprozess sind auf der Grundlage des vorgenannten Erlasses auch die Gymnasien einbezogen. Weiter bei dem Auf- und Ausbau ihrer schulspezifischen Konzepte zur Studien- und Berufsorientierung. Für uns ist nämlich klar, akademische und berufliche Bildung sind für uns gleichwertig. Daher ist für uns klar, dass die Berufsorientierung an allen Schulformen stattfinden muss. Jetzt haben Sie kritisiert, was in Erlassen steht, wer weiß, ob das umgesetzt wird. Da müssten Sie mir schon einmal erklären, wie Sie denn beabsichtigen würden, wenn Sie Kultusminister wären, hier Schulpolitik zu machen. Würden Sie dann sozusagen an jede Schule einzeln gehen? Ich für meinen Teil habe großes Vertrauen darauf, dass unsere Schulen mit dem, was die Landesregierung entwickelt, das auch in die Tat umsetzt. Wir haben Vertrauen in unsere Lehrerschaft. Wenn Sie das nicht haben, müssen Sie das mit den Lehrerinnen und Lehrern ausmachen. Ein großer Teil Ihrer Rede ist an dem Thema der Arbeitslehre an Gymnasien aufgehängt worden. Was ich auch verstehen kann, ist, historisch haben Sie das auch hergeleitet, dass es früher einmal eine Landesregierung gab, die die Arbeitslehre an Gymnasien eingeführt hat, um die Berufsorientierung dort zu verankern. Herr Kollege Gremmels, das bestreite ich auch gar nicht. Ich wäre da schon noch von selber drauf gekommen. Die Frage ist, ob man sozusagen ein Ziel, nämlich Berufsorientierung am Gymnasium zu verankern, nur auf diese Art und Weise erreichen kann. Da würde ich sagen, ist doch diese Große Anfrage geradezu das deutlichste Beweis dafür, dass es mehrere Wege zum Ziel gibt. Das ist der Weg, den wir jetzt gegangen sind, teilweise beim Fach Politik und Wirtschaft einzuführen. Aber vor allen Dingen, das finde ich viel wichtiger, dass das als Querschnittsthema wahrgenommen wird, dass nicht nur gesagt wird, dass die Berufsorientierung in einem Fach stattfindet, sondern dass das in allen Fächern stattfinden muss. Ich finde, das ist der bessere Weg, und ich hoffe davon wesentlich mehr. Von daher, dass die Berufsorientierung ein Querschnittsthema ist, wollte uns doch eher als ermunterndes Signal nehmen, dass das in der Praxis tatsächlich auch bei allen Schülerinnen und Schülern ankommt. Wir haben der Arbeitslehre auch ein großes Gewicht gegeben. Es ist nicht so, dass die Arbeitslehre als Fach von uns, wie Sie es gesagt haben, dass wir Totengräber der Arbeitslehre werden. Das würde ich einmal entschieden zurückweisen. In diesem Bereich setzen wir Ergebnisse des Bildungsgipfels um, der dort auch in der Gruppe 4 gefordert hat, Erhalt des Faches Arbeitslehre und Stärkung der Lehrkräfte Bildung im Fach Arbeitslehre. Da weise ich nur einmal auf die Frage 54 hin. Ich möchte das unterstreichen und noch einmal stark machen, was das Kultusministerium dort sagt, nämlich dass das Kultusministerium sehr wohl mit den Universitäten Verhandlungen aufnehmen möchte, die Arbeitslehre auch in Forschung und Lehre dauerhaft zu sichern. Ich halte es für unabdingbar, dass die Bundesregierung dafür sorgt, dass die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern im Bereich der Arbeitslehre dauerhaft an den hessischen Universitäten gewährleistet wird. Genauso wichtig ist es natürlich auch, gerade weil wir akademische und berufliche Bildung für gleichwertig halten, dass die Berufsorientierung bei der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern aller Schulformen ein hohes Gewicht erhält. Auch dort sehe ich weniger Trennendes als Eindes zwischen unseren Fraktionen. Auch das ist übrigens ein Beispiel für ein Ergebnis, das der Bildungsgipfel erarbeitet hat. Der Bildungsgipfel, den Sie leider mit fadenscheinigen Gründen trotz der vielen guten Ergebnisse verlassen haben, zeigt einmal wieder, dass dieser Bildungsgipfel sehr erfolgreich war und dass seine Ergebnisse hier in Realpolitik umgesetzt werden. Für mich kommt auf jeden Fall bei dieser Großen Anfrage sehr deutlich hervor, dass die Landesregierung der Stärkung der Berufsorientierung hohe Priorität einräumt. Es werden viele Maßnahmen ergriffen, die wir Ihnen jetzt noch einmal darstellen konnten. Wir setzen die Ergebnisse des Bildungsgipfels Schritt für Schritt um und verfolgen damit unser Ziel, was wir schon im Koalitionsvertrag deutlich gemacht haben. Ich zitiere zum Abschluss. Wir wollen möglichst keine Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss zurücklassen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege May. – Das Wort hat Herr Abg. Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Über den Wert frühzeitiger Berufsorientierung besteht in diesem Haus schon seit einigen Jahren über die Parteigrenzen hinweg weitestgehend Einigkeit. Auch wir als Freie Demokraten haben sich schon lange für die frühere Berufsorientierung in den allgemeinbildenden Schulen, vor allem in den Haupt- und Realschulbildungsgängen, aber gerade auch im gymnasialen Bildungsgang eingesetzt. Erlauben Sie mir, dass ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweise. Wir haben in diesem Zusammenhang auch die Mittelstufenschule in Hessen eingerichtet, die ein Musterbeispiel dafür bietet, wie man Berufsorientierung vernünftig in den Schulalltag integrieren kann. Vielen Dank. Herr Kollege Klein erinnert sich noch daran, wie wir darum gerungen haben, teilweise inhaltlich, sachlich und konstruktiv. Wir waren uns auch immer einig darüber, die Abschaffung der Hauptschulen, wie sie z. B. in Frankfurt passiert, wo besonders gute Praxis der Berufsorientierung gezeigt wurde, ist nicht der richtige Weg. Wir können vielleicht die Hauptschulen abschaffen, aber nicht die Hauptschüler. Das muss man sich einfach klarmachen und darf die Augen nicht davor verschließen. Dass sich junge Leute am Ende ihrer Schulzeit nicht immer unbedingt sicher sind, welchen beruflichen Weg sie einschlagen wollen, wird man kaum völlig aus der Welt schaffen. Die Erfahrung wird der eine oder andere hier im Raum auch schon gemacht haben, dass man im Laufe der Zeit zu anderen Ergebnissen kommt als denen, die sich am Ende der Schulzeit abzeichnen. Da kommt dazu, dass sich am Ende der Schulzeit natürlich unzählige Wege auftun. Im Übrigen will ich die Bemerkung durchaus machen. Da geht es nicht nur um Berufsorientierung, sondern da haben junge Menschen auch noch ganz andere Entscheidungen für sich zu treffen, wohin sie ihren Lebensweg führen wollen. Das alles birgt die Gefahr von Fehlentscheidungen. Die kann man korrigieren. So ist unser Bildungssystem angelegt. Aber wenn man sie vermeiden kann, ist es sicherlich auch sinnvoll, um zu vermeiden, dass möglicherweise Jahre auch verloren gehen. Nicht alles, was auf einer unklaren Entscheidung beruht, muss unbedingt zu einem Verlust an Zeit führen. Aber man kommt dann erst auf Umwegen zum Erfolg. Das Stichwort, was mir in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, ist die Anschlussfähigkeit unseres Schulsystems. Da geht es weniger um Durchlässigkeit. Ob da einmal ein oder zwei Jahre kreuz und quer gewechselt werden kann, ist nicht so spannend. Spannend ist, dass es die Anschlussfähigkeit gibt, dass es keine Sackgassen in unserem Bildungssystem gibt, sondern dass es dort immer weitergehen kann. Die Schwierigkeit, die wir haben im Bereich der Berufsorientierung, hat zum großen Teil natürlich auch etwas damit zu tun, dass manche Schüler keinen Beruf erkennen, für den sie sich begeistern können. Das liegt daran, dass es mangelnde Kenntnis überhaupt gibt der Arbeitswelt und der Dinge, die dort möglich sind. Deswegen ist neben der eigentlichen Berufsorientierung, als integraler Bestandteil davon, die Berufsfelderkundung ein ganz wesentlicher Punkt, um überhaupt Berufsbilder und Berufsfelder bekannt zu machen und so die Möglichkeit zu entscheiden, statt einfach nur den einfachsten Weg zu wählen. Na ja, dann gehe ich halt noch einmal ein bisschen auf die Schule. Vielleicht findet sich ja irgendwann etwas. Meine Damen und Herren, angesichts der demografischen Entwicklung und des sich immer deutlicher in verschiedensten Sparten abzeichnenden Fachkräftemangels ist es schlichtweg ein Verschenken volkswirtschaftlichen Potenzials, wenn wir nicht rechtzeitig die Potenziale wecken und den Jugendlichen bei ihren Entscheidungen entsprechend behilflich sind. Die Antwort des Kultusministers auf die Große Anfrage der SPD zeigt, dass in den letzten Jahren insbesondere von Doris Henssler und Nicola Beer, den ich beiden hierfür nochmals herzlich danken möchte, zahlreiche Initiativen angestoßen wurden, um die Berufsorientierung stärker in die Schulen zu tragen und sie dort zu verankern. In vielerlei Beziehungen war Hessen Vorreiter. Ich erinnere an die Qualitätsstandards zur Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf. Olof, das haben wir in Hessen als Erste gemacht mit verbindlichen Kriterien. Nach wie vor richtig ist auch der regionale Ansatz von Olof. Die Vermittlung in den Beruf kann nur erfolgreich sein, wenn sie nicht im quasi luftleeren Raum stattfindet, sondern auf die konkreten Rahmenbedingungen vor Ort Rücksicht nimmt und soeben auch die spezifischen Chancen der lokalen Wirtschaftsstruktur nutzt. Förder-, Haupt- und Realschulen, Mittelstufenschulen, wie auch die Sekundarstufe I der integrierten und kooperativen Gesamtschulen sind schon durch Erlass seit 2013, wer es nicht erinnert, das war in der letzten Wahlperiode, verpflichtet, ein Curriculum zur Berufs- und Studienorientierung zu erstellen und dieses im Schulprogramm auch zu verankern. In der Antwort auf Frage 12 hat Kultusminister Lorz noch einmal an diese wichtige Tatsache erinnert. Seit letztem Jahr müssen nun auch die Gymnasien entsprechende Maßnahmen zur Berufs- und Studienorientierung durchführen. Ich will an dieser Stelle anmerken, dass es angesichts der Übergangsquoten in den gymnasialen Bildungsgang, die Eltern haben entschieden, entscheiden täglich neu für den gymnasialen Bildungsgang, im Hinblick darauf ist es schlichtweg unumgänglich geworden, dass auch die Gymnasien verstärkt dieses Thema annehmen. Ich sage sehr deutlich, weil es auch Organisationen gibt, die sagen, man soll den Weg zum Abitur weniger attraktiv machen. Ich halte das nicht für den richtigen Ansatz. Das Abitur als solches ist ein wertvoller Bildungsabschluss. Das soll er auch bleiben. Das ist der Unterschied zu der Argumentation, mit der wir zu tun haben. Ich sage, das Abitur darf nicht einseitig darauf ausgerichtet sein, nur als Weg in das Studium, sondern es muss möglich sein, mit dem wertvollen Schulabschluss Abitur dann auch andere befriedigende Bildungs- und Berufswege zu finden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wäre niemand damit gedient, wenn die Maßnahmen zur Berufsorientierung dabei die zwingend unterschiedlichen Ziele der unterschiedlichen Bildungsgänge völlig ausblenden würden, außer Acht lassen würden. Es bleibt dabei, dass es unrichtig ist, alle Schulen über einen Kamm zu scheren. Das würde kaum einen Beitrag zur Akzeptanz der Berufsorientierung bei den Schülerinnen und Schülern, aber auch generell bei den Gymnasien und bei den dort tätigen Lehrern fördern. Deswegen muss man dort sehr sorgfältig arbeiten und sehr bewusst darauf abstellen, was geht und was nicht geht. Nichtsdestotrotz müssen wir in dem, was wir im Bereich der Berufsorientierung tun, deutlich noch erfolgreicher werden. Insbesondere muss die Berufsorientierung in den Schulen gelebt werden. Es genügt nicht pflichtschuldig, Zertifikate und Bescheinigungen auszustellen und sie abholen zu lassen, sondern es muss dort mehr gelebt werden. Ich will einen letzten Punkt ansprechen, weil der mir zunehmend Sorge macht. Der spielte in der Antwort des Kultusministers auf die Große Anfrage, soweit ich das gelesen habe, keine entscheidende oder keine wesentliche Rolle. Ich sage sehr deutlich, das Hessische Kultusministerium hat in der Vergangenheit bis zum Jahr 2014, noch im Januar 2014, danach verlor es sich, sehr positiv in der Förderung der Orientierung an der Wirtschaftswelt und auch an der Frage, wie man selbstständig arbeiten kann. Welche Möglichkeiten gibt es der Gründung? Jetzt zur Gründung von selbstständigen Existenzen. Ich habe den Eindruck, das macht mir Sorge, dass da eine Wolte im Kultusministerium zu beobachten ist. Vielleicht nicht von der Spitze getragen, aber jedenfalls so, dass sie spürbar ist. Ich sage sehr deutlich, das Thema Selbstständigkeit, das Thema Existenzgründung, das Thema wirtschaftliche Betätigung ist ein sehr zentrales für unsere Lebens- und Wirtschaftswelt und auch für die Schüler, mit denen wir zu tun haben. Ich habe kürzlich eine Untersuchung in die Finger bekommen, die mich noch mehr erschreckt hat, weil dort festgestellt war, dass zwei Drittel der Lehrer ihren Schülern von dem Schritt in die Selbstständigkeit abraten würden. Das ist ein Unding, meine Damen und Herren. Das ist ein Geist, der daraus spricht, der nicht akzeptabel ist. Herr Kultusminister, deshalb ist es extrem wichtig, dass wir die Angebote auch privater nutzen, auch von Verbänden nutzen, die uns Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen. Ich sage sehr deutlich, das beste Unterrichtsmaterial zur Aufklärung über das Thema wirtschaftliche Selbstständigkeit, Existenzgründung usw. stammt eben nicht aus einem Schulbuchverlag, sondern von einer privaten Organisation, die dies mit Sponsorengeldern finanziert hat. Aber das ist auch gut so. Was spricht denn dagegen? Im Gegenteil, das wollen wir, Herr Kollege Arnold, das stimmt mir zu, das freut mich sehr, das wollen wir auch in Zukunft so nutzen. Dieses Unterrichtsmaterial ist gut. Herr Kultusminister, achten Sie bitte darauf, dass diese private Initiative nicht abgewürgt wird. Das bringt es eigentlich auf den Geist, Herr Kultusminister, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen. Was wir in Deutschland brauchen, und dazu muss auch Berufsorientierung im Unterricht hinführen, sondern wir brauchen mehr Gründergeist. Das ist auch Aufgabe der Schulen. Nicht German Angst muss die Botschaft sein, sondern German Mut. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Kultusminister, Staatsminister Lotz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der gesetzliche Bildungs- und Erziehungsauftrag der hessischen Schulen umfasst gerade auch die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf eine erfolgreiche Teilhabe an der Gesellschaft, wobei die erfolgreiche Teilhabe in den allermeisten Fällen durch die versierte Ausübung eines Berufes realisiert wird. Das hat übrigens schon Alexander von Humboldt festgestellt. Er hat gesagt, nie ist das menschliche Gemüt heiterer gestimmt, als wenn es seine richtige Arbeit gefunden hat. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich daher auch ausdrücklich für die Gelegenheit, anlässlich der Beantwortung dieser Großen Anfrage noch einmal darlegen zu können, wie viel an unseren Schulen bereits in Sachen Berufsorientierung geleistet wird. Auch das Kultusministerium und die Hessische Landesregierung betrachten es als eine prioritäre Aufgabe, alle hessischen Schülerinnen und Schüler durch abgestimmte und qualifizierte Maßnahmen zur Berufs- und Studienorientierung so auf die Berufswelt vorzubereiten, dass sie am Ende ihrer Schulzeit eine Berufswahlentscheidung treffen können, die ihren eigenen Interessen und Talenten am besten gerecht wird und die sie dann sowohl in eine duale Ausbildung als auch in ein Studium führen kann. Meine Damen und Herren, wir sollten aber die Begriffe sorgfältig wählen. Denn wenn wir, das wäre eine unzulässige Vereinfachung, Berufsorientierung als Weg in die duale Ausbildung einerseits und Studienorientierung andererseits gegenüberstellen, dann tragen wir selbst zu der Verfestigung eines Bildes bei, das der heutigen Realität schon lange nicht mehr entspricht. Für unsere Schülerinnen und Schüler geht es nämlich keineswegs mehr um eine Entscheidung zwischen Beruf und Studium. Zum einen, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, führt auch ein Studium zu dem Ziel, einen Beruf auszuüben. Insofern ist Studienorientierung auch immer eine Form der Berufsorientierung. Aber auf der anderen Seite vor allem ermöglicht die Durchlässigkeit unseres hessischen Schulwesens nach dem Abschluss seiner dualen Ausbildung vielfältige Anschlussmöglichkeiten, auch an Hochschulen und Universitäten. Diese Anschlussmöglichkeiten haben wir als Landesregierung gerade in dieser Legislaturperiode noch einmal weiter verbessert. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD Deswegen ist es auch völlig richtig, was hier gesagt wird, dem kann ich mich nur anschließen, dass es keinen notwendigen Zusammenhang zwischen Abitur und Studium gibt. Das Abitur gibt die direkte Möglichkeit, zu studieren. Aber es kann genauso gut auch in eine duale Ausbildung führen. Es kann über eine duale Ausbildung in ein Studium führen. Es gibt eben eine Vielfalt von Wegen sowie es auch eine Vielfalt von individuellen Fähigkeiten und Talenten in dieser Gesellschaft gibt. Das Hessische Kultusministerium setzt deswegen auch auf eine individuell ausgerichtete Berufsorientierung, die in jedem Fall das Ziel hat, den jungen Menschen im humboldtschen Sinne zur erfolgreichen Ausübung eines Berufes zu führen, und zwar entweder über eine duale Ausbildung, über ein wissenschaftliches Studium oder über eine Kombination von beiden. Ich will vielleicht eine Sache auch noch einmal klarstellen, auch wenn sie hier nirgendwo falsch aufgeschlagen ist. Aber es geht uns hier nicht um die Deckung irgendwelcher aktuellen volkswirtschaftlichen Bedarfe. Das wäre sozialistische Planwirtschaft. Wir wollen die Potenziale und die Möglichkeiten der einzelnen Kinder und Jugendlichen entwickeln. Dann ergibt sich Ihr Platz in der Gesellschaft und das Funktionieren unserer Gesellschaft schon von ganz allein. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Meine Damen und Herren, lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, in diesem Zusammenhang gleich noch ein anderes Missverständnis auszuräumen. Berufsorientierung ist nämlich ausdrücklich nicht Berufsberatung im Sinne einer Art von Berufskunde. Das wäre auch völlig aussichtslos. Wenn man bedenkt, dass allein im Bereich der Metalltechnik mindestens 14 verschiedene Berufe in Industrie und Handwerk in ihren jeweiligen Ausprägungen und Berufsbildern vorgestellt werden müssten, dass es allein sechs verschiedene Mechanikerberufe gibt, insgesamt 350 bundesweit anerkannte Ausbildungsberufe, die sich dann noch einmal in ungefähr 1.000 spezielle Lernfelder aufspreizen. Jedes Lernfeld hat ein eigenes Curriculum, und Studiengänge gibt es noch viel mehr. Das kann man überhaupt nicht alles in irgendeiner Form sinnvoll vorstellen und präsentieren, sondern der Ansatz muss eigentlich umgekehrt sein. Es geht darum, die jungen Menschen dazu zu befähigen, ihnen die Möglichkeit zu geben, quasi in sich selbst hineinzuschauen und festzustellen, welche Richtung ist denn für mich wahrscheinlich die richtige, welchem Weg gehe ich denn am besten, welcher wird mir am besten gerecht. Dann kann man das im Einzelnen durchaus noch weiter aufarbeiten, bis man am Ende bei der jeweiligen Ausbildung, dem Studium oder der Berufswahl ankommt. Meine Damen und Herren, Berufs- und Studienorientierung in der Schule bedeutet daher neben der Übermittlung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen vor allem die Verdeutlichung, dass die in der Schule erworbenen Kompetenzen bestimmten Berufsbildern korrespondieren und dass die Schulfächer daher kein Selbstzweck sind, weil sich das Berufsleben nun einmal auch nicht nach Unterrichtsfächern ordnet. Es gibt keinen Beruf Englisch oder Geschichte. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge an Berufsbildern, die sich mit dem einen oder anderen Fächerprofil enger oder weiter verbinden. Meine Damen und Herren, auch das kann ich unterstreichen, was hier gesagt worden ist, ist der Kontakt zu dem Umfeld wichtig. Deswegen will ich auch betonen, dass sich Schulen mit ihrem Umfeld verzahnen sollen, damit sie ihre Schülerinnen und Schüler auch schon frühzeitig an die Lebenswelt und damit natürlich auch an die Berufswelt hinführen können. Zur Ausbildungsreife und Berufswahlkompetenz. Aber das ist eine Aufgabe aller Lehrkräfte, aller Schulformen, aller Fächer. Die Schule muss die gesamte Linie der Bildungsbiografie ihrer Schülerinnen und Schüler in den Blick nehmen. Auf dieser Grundlage ist das Kultusministerium auch die Umsetzung der Forderungen der Allianz für Aus- und Weiterbildung 2015 bis 2018 engagiert angegangen. Sie können das natürlich alles im Detail in der Großen Anfrage nachlesen, wozu ich Sie ganz herzlich einlade. Aber ich will einfach noch ein paar Schlaglichter in den verbleibenden Minuten benennen. Ich nenne, was schon gesagt worden ist, die Zusammenarbeit in hessischen Regionen im Zuge der Oloff-Strategie, die mittlerweile zum Vorbild für andere Bundesländer geworden ist. Das darf man auch einmal sagen. Weil sie eine zielgerichtete Akquise der in der Region verfügbaren Ausbildungs- und Praktikumsplätze ermöglicht. Ich nenne die Installation von Ansprechpersonen für Berufs- und Studienorientierung an den staatlichen Schulämtern übrigens mit Anrechnungsstunden vonseiten des Kultusministeriums. Es ist also keineswegs so, dass da keine Ressourcen vonseiten des Kultusministeriums hineingegeben werden. Die Installation von Koordinatorinnen für Berufs- und Studienorientierung an den Schulen. Ich nenne die Einführung des Kompetenzfeststellungsverfahrens komposiven an den Haupt- und Realschulbildungsgängen und auch an den Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen. Ich nenne die Implementierung des Gütesiegels zur Berufs- und Studienorientierung. Ich nenne die Schaffung eines fächerübergreifenden verpflichtenden Curriculums zur Berufs- und Studienorientierung. Ich nenne den Abschluss einer Vereinbarung zur Berufs- und Studienorientierung mit der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit zur Schaffung einheitlicher Standards für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Berufsberatung. Ja, natürlich nenne ich auch den neuen Erlass zur Berufs- und Studienorientierung vom Juni 2015, der hier schon mehrfach Gegenstand war. Da lassen Sie mich, Herr Abg. Degen, vielleicht drei Punkte aus Ihren Bemerkungen zu diesem Erlass kurz aufgreifen. Erstens. Dieser Erlass ist eine der wesentlichen Neuerungen, dass er tatsächlich den gymnasialen Bildungsgang gleichberechtigt in die Berufs- und Studienorientierung wie vorher schon die Haupt- und Realschulbildungsgänge einbezieht. Es war auch kein Versäumnis, dass das erst dann geschehen ist, sondern wir haben sozusagen in die Berufs- und Studienorientierung hineingearbeitet. Erst einmal natürlich eben über die Haupt- und Realschulbildungsgänge, aber immer auch schon mit der Zielvorstellung, dass der gymnasiale Bildungsgang dazukommen sollte, und das ist jetzt der Fall. Das Gleiche gilt auch für das Gütesiegel Berufs- und Studienorientierung. Aber deswegen ist es natürlich auch klar, dass die Gymnasien rein zahlenmäßig im Moment noch etwas hinterherlegen, weil sie auch zeitlich hinterherlegen. Aber wir haben das jetzt alles gemeinsam auf die Schiene gesetzt. Deswegen wird auch die Zahl sowohl beim Gütesiegel als auch ansonsten bei der Umsetzung dieses Erlasses die Zahl der Gymnasien und der Schulen mit gymnasialem Bildungsgang, die dort tätig werden, zunehmen. Zweitens. Sie haben angesprochen, der Erlass ist vom Juni 2015. Da waren wir in der Tat noch im Bildungsgipfel drin. Aber das war nicht der Versuch, den Bildungsgipfel zu priorizieren, sondern es wurde im Bildungsgipfel die Vereinbarung explizit getroffen. Dass man gesagt hat, das muss eigentlich noch deutlicher verankert werden. Das braucht eine Basis im Schulgesetz. Das soll in einer Verordnung eingearbeitet werden. Aber wir wissen alle, dass das ein bis zwei Jahre dauert, bis man ein Gesetzgebungsverfahren durchgeht, bis die Verordnung erarbeitet worden ist. Deswegen wurde auch im Bildungsgipfel gesagt, jawohl, dann macht erst einmal einen Erlass. Das bringt uns auf jeden Fall schon einmal weiter. Das verliert aber nicht aus dem Blick, und wir werden es nicht aus dem Blick verlieren, dass wir das auch noch gesetz- und verordnungstechnisch verankern und bei dieser Gelegenheit natürlich auch noch weiter ausdifferenzieren und ausbauen werden. Drittens. Sie haben angesprochen, dass das Fach Politik und Wirtschaft, das neben Arbeitslehre das Ankerfach für Berufs- und Studienorientierung ist, weniger Stunden hat als die Arbeitslehre. Das ist richtig in der Sekundarstufe 1. Aber jetzt muss man mit einbeziehen. Diejenigen, die im gymnasialen Bildungsgang sind, legen Sie darauf an, die Sekundarstufe 2 zu machen. Die Berufs- und Studienorientierung für jemanden, der bis zum Abitur durchgeht, fängt natürlich sinnvollerweise erst später an bzw. findet ihren Schwerpunkt erst in der Oberstufe. Es macht keinen Sinn, dass wir jemandem, der noch sechs Jahre zur Schule geht, in der siebten Klasse bereits eine Berufsorientierung angedeihen zu lassen, nach dem Motto, was du dann in sechs Jahren nach dem Abitur machen könntest. Das ist relativ klar, weil Politik- und Wirtschaftsunterricht gerade auch noch in der Oberstufe schwerpunktmäßig stattfindet, dass hier die Schwerpunktsetzung auf der Zeitschiene zwischen Haupt- und Realschulbildungsgang einerseits und dem gymnasialen Bildungsgang andererseits unterschiedlich sein muss. Herr Präsident, meine Zeit geht zu Ende. Ich will daher nur noch ganz kurz meine Redezeit. Das Späßchen haben wir an diesem Pult häufiger. Meine Damen und Herren, dann lassen Sie doch den Minister, wenn seine Zeit schon zu Ende geht, noch ein Schlusswort oder ein Grußwort. Das sollten Sie mir in der Redezeit noch zugestehen. Ich verzichte daher auch darauf, weitere Minuten damit zu verbringen, dass ich Ihnen noch viel mehr Elemente aufzähle. Wie gesagt, ich lade Sie ein, unsere Antwort auf die Große Anfrage im Detail zur Kenntnis zu lesen. Aber, meine Damen und Herren, Sie sehen, die Hausaufgaben sind gemacht. Wir sind mit Sicherheit auch noch lange nicht am Ende unseres Weges. In der Lehrerbildung, gerade auch im Gespräch mit den Universitäten, kann man für Berufs- und Studienorientierung auch noch mehr tun. Da sind wir dran. Aber wir sind auf einem guten Weg, und den werden wir auch weitergehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank. Wir sind am Ende der Aussprache. Ich begrüße auf der Besuchertribüne den Generalkonsul der Republik Kroatien, Wladimir Duvendják. Exzellent seien Sie uns herzlich willkommen im Hohen Hause. Er startet heute dem Landtag einen Besuch ab, gemeinsam mit Frau Konsulin Jukic. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Jetzt können wir Ihnen gar nicht mehr viel bieten, denn wir sind am Ende der Aussprache zur Großen Anfrage. Dann wären wir auch am Ende der Beratung für den Vormittag. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Wir werden um 15 Uhr, das war der Wunsch aller, die guten Willen sind, um 15 Uhr weitermachen. Deshalb schließe ich jetzt die Vormittagssitzung. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Insbesondere Ihnen wünsche ich alles Gute. Und es ist das Wunsch. Wir machen jetzt das Wunsch. Vielen Dank.